Den habe ich jetzt so reingeholt und dann in der Tischkarte so gestaltet. Ja, vor allem schaffte er so nachher zu putzen. Da konnte ich sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was das jetzt sein könnte. Und das hat sich jetzt so. Also es wird wahrscheinlich der Grundrück sein, Grundrück, also Romwald, Grundrück mit dem Zipfel nach dem Saarland rein. Nein, da wird der Schnellschutzplatz machen. Also wir werden den Bildungsdienst vom Ständigen rechnen.